Liebe Mädchen und Jungen, herzlich willkommen zum Kinderprogramm von Südwest 3. Heute zeigen wir euch die vorläufig letzte Folge aus der Fernsehserie Pantau. Noch einmal geht es hoch her im Hause der Familie Urban, doch am Ende werden die Urbahns und auch wir wohl vorläufig Abschied nehmen müssen von Pantau.